hey leute was geht war lauter am start wir haben den 3.1.2018 und ja 10 uhr 16 bin gerade eben wach geworden vor ca. einer viertelstunde mal schauen was heute so geht so leute wie ihr eben gesehen habt war ich im globus essen und bin jetzt wieder daheim jetzt erstmal noch hier ein video für den gaming kanal bearbeiten und ja mal schauen was heute sonst noch so geht so jetzt mal noch das ein oder andere video auf die speicherkarte ziehen und hier noch am laptop jetzt das neuste video von jp schauen und joa leute in meinem video habe ich euch ja von meinem traum 7.1 handkinosystem erzählt und ja meine jetzigen boxen hier die magnetboxen ich hoffe man sieht es jetzt ist es mit der vorderkamera gefilmt also keine ahnung ob es drauf ist aber sollte und ja auf jeden fall die magnetboxen hätten eigentlich den monat weg gehen sollen habe jetzt wieder mit dem kollegen geschrieben der die holt habt ihr vier stück davon im zimmer hinten steht noch eine von mir vorhin stehen noch zwei abgeklemmt und ja die gehen jetzt doch erst nächsten monat weg weil es bei dem geld mäßig erst nächsten monat klappt was ja kein problem ist und ja dann kommen die ersten beiden klipsch boxen die klipsch r28f freue mich schon richtig auf die boxen sind etwas höher als die haben zwei größere membranen und haben den hoch hoch genau wahrscheinlich den hornhochtöner und ja bin echt gespannt wie die sein werden und ich hoffe dass der monat schnell rum geht wir haben gerade jetzt 17 uhr 14 erstmal noch ein bisschen was snacken drei stücke kuchen mocha torte richtig geil und ja später noch schaffen gehen jetzt circa in einer stunde und 15 minuten mal fertig machen und jetzt erstmal noch überlegen was ich beim essen schauen soll beim essen jetzt erstmal noch ein bisschen rick and morty schauen wie schon gestern im vlog gesagt richtig geil ich liebe die serie über alles demnächst kommt auch noch ein poster hier an die wand von rick and morty wird ziemlich geil aussehen hoffe ich ja mal und ja das werdet ihr auch hier am vlog sehen leute so leute wird eigentlich zur arbeit ne bin jetzt so am ort angekommen wo ich schaffen muss da fährt die bahn mit der ich gekommen bin und leute ich erfahre einfach so naja heute müssen wir nicht schaffen ich hab frei digga ich bin jetzt in dem scheiß ort wo ich schaffen muss ich hab frei ich hab frei mit dem kollegen von dem ratze her gefahren haha naja egal gleich noch mit dem kollegentreffen mit meiner schwester ja dann mal schauen was soll es uns so geht so wie das hier die quali ziemlich für den arsch ist aber jo wir haben 1 uhr 11 abends bin wieder daheim erstmal wieder essen gemacht hier wie letztens nur halt diesmal auf toast eistee ist am start und jo war halt eben noch bei einem kollegen und hab bei dem bisschen gechillt dem sein neues headset haben wir ein bisschen ausprobiert und jetzt mal schauen was noch so geht heute abend sorry dass ich jetzt die ganze zeit wieder woanders hinschaue nicht in die kamera ich schaue gerade auf den bildschirm weil ich bin gerade am überlegen was ich heute noch schauen soll beim essen wie sollte es auch anders so sein jetzt erstmal noch Weekend Morty schauen der folge ich freue mich auch schon voll wenn die dritte staffel auf deutsch raus kommt auf blu-way und ja es sollen hier noch mehrere staffeln kommen da freue ich mich auch extrem drauf jetzt erstmal noch ein bisschen den Nachtisch geholt zwei Linnpralinen mit dem Kekse und hier noch so ein bisschen was das glück dieses da el Vielen Dank.